So, ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahmesession zu War Tales. Ich habe mir jetzt zuletzt die letzten Folgen der letzten Tage, habe ich mir nochmal ein bisschen zu Gemüte geführt. Ich habe auch teilweise jetzt eben noch die allerletzte geschnitten und hochgeladen. Deswegen habe ich mich dann doch nochmal entschieden, ein wenig vorzuproduzieren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war mir zuletzt dann noch ein bisschen unsicher. Ich bin relativ unversöhnlich, was heißt unversöhnlich, ein bisschen demotiviert aus der letzten Folge rausgegangen, die wir dann noch aufgenommen haben, die ihr wahrscheinlich dann gestern gesehen habt. Denn, naja, es haben sich ein paar Sachen gehäuft, die ich persönlich nicht so schön fand. Und ich habe auch persönlich gemerkt, vielleicht haben wir es, ich hatte es da so ein bisschen zusammengefasst am Ende nochmal, vielleicht haben wir es mit dem Kämpfen ein wenig übertrieben. Vielleicht habe ich mir da einfach zu viele Kämpfe geschnappt und gegen zu viel Random-Krempel gekämpft, der uns halt auch gar nicht wirklich gefordert hat. Ich hatte mich da auch ein bisschen darüber ausgelassen, wie das mit den Berufen ist, warum ich die persönlich ein bisschen grimy finde. Und ich wollte eigentlich so eine Art, ja, Zwischenfazit aufnehmen. Also eine Folge, wo ich jetzt ein bisschen länger dann rede über das, was ich bisher so über Wattails denke und wie das auch vielleicht in Zukunft besser aussehen könnte noch. Wie gesagt, ist schon auf einem relativ soliden Weg. Und dann habe ich mich jetzt aber doch dann doch nochmal dazu entschieden, dass wir vielleicht nochmal ein paar Folgen spielen und dann insgesamt noch ein bisschen mehr Story mitnehmen und zumindest mal hier das Gebiet abschließen. Wie gesagt, ich würde das so ein Stück weit von euch abhängig machen. Ich habe jetzt natürlich die Kommentare, falls ihr welche geschrieben habt zu gestern oder zu den Folgen davor, habe ich noch nicht gesehen. Ich würde nach wie vor, würde ich mich freuen, wenn ihr ein kurzes Feedback da lasst, wie es euch noch gefällt bisher, ob wir hier noch weitermachen sollen oder ob ich vielleicht lieber meinen Fokus auf etwas anderes Projekt legen sollte. Denn wir haben ja bisher, ich sage mal, zumindest auf Twitch läuft ja aktuell noch, dann Battle Brothers, das ist ja so ähnlich. Wer weiß, ne? Könnt ihr mir gerne nochmal euer Feedback da lassen. Wir haben natürlich noch viele andere Games, die wir auch hier auf YouTube ausprobieren könnten. Da würde ich mich dann so ein Stück weit nach euch richten. So, wir machen jetzt aber wie gesagt erstmal, ne? Ich bin jetzt natürlich wieder mit einem frischen Mutes. Ich war das letzte Mal halt so ein bisschen, weiß ich nicht, angefuchst, dass wir da nicht den Boss erreicht haben. Ich habe mich da auf den Kampf schon so ein bisschen gefreut. Und ich war natürlich auch so selbst so ein bisschen schuld. Wir haben den Turm nochmal mit Gefangenen gefüllt und wir haben dann auch irgendwie nochmal ein paar neue Pfade ausprobiert. War auch dann teilweise recht theoretisch. Und naja, vielleicht, wir bringen uns jetzt hier mit der Story mal wieder so ein bisschen auf Trab. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch noch ein bisschen was sehen, was wir noch gar nicht ansonsten bemerkt haben. Wie zum Beispiel die Arena-Kämpfe, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das machen wir dann auch nachher. Aber jetzt erstmal ein wenig Story. Weicht ihr, Bauern, beim letzten Mal seid ihr schon so glimpflich davon gekommen. Aber wenn ihr die Abtei noch einmal bedroht, werdet ihr diese Ketzerei mit dem Leben bezahlen. Und auch da nochmal ganz kurz, dann geht es auch hier wirklich los. Ich habe auch zum Beispiel, ist mir aufgefallen beim Schneiden der Folgen, die eine Dame, die da mit den Söldnern unterwegs ist, die wir gefangen nehmen können und sollen, das sind natürlich alles Teile dann auch der Story-Quest. Die sind mir jetzt auch dadurch, dass wir hier in diesen Gebieten so ein bisschen mehr Kopfgelder gemacht haben und ein bisschen mehr da mal hin, hier mal hin, diesmal gemacht, habe ich so ein bisschen die Story aus dem Blick verloren. Die ist hier, wenn ich persönlich da auch ein bisschen Kritik äußern darf, vielleicht ein bisschen aufgedröselt. Das hat mir im Till drin besser gefallen, weil da hat man schon klare Ziele gehabt und da war das auch direkt vor Ort. Hier muss man teilweise, dann lernst du was über die Weinberge und dann rennst du halt wie lange mit dem Alchemisten rum und musst dann halt erstmal, da hatten wir ja auch leider paar Mal richtig Pech, dass wir so zwei, drei Quests auch komplett von hinten nach vorne aufgeräumt haben. Und dann habe ich halt die eine Dame da angequatscht und dann sind wir halt wieder, haben das dann nochmal priorisiert und deswegen dieses Alasarische Haus oder wie das hieß, da haben wir glaube ich damals die Quest bekommen, dass wir Leute gefangen nehmen müssen. Hier habe ich mich dagegen entschieden, gegen die Bauern zu kämpfen, die ja das Kloster angreifen wollten, weil ich gesagt habe oder gedacht habe, dass wir das irgendwie noch entschärfen können. Ich habe mich paar Mal bewusst dagegen entschieden, Quests weiterzumachen. Ein paar Mal habe ich einfach die Lösung der Quests oder den Fortlauf der Quests nicht gefunden und bin dann irgendwie quasi dann irgendwann von hinten rum drauf gestolpert und dann haben wir auch teilweise ein bisschen mehr gekämpft und ein bisschen mehr gecraftet und dadurch habe ich so ein bisschen die Story aus dem Blick verloren. Deswegen, das ist hier in dem Gebiet, glaube ich, ein bisschen ungünstig gelaufen. Das war zum einen natürlich meine Schuld, aber ich glaube auch, das liegt auch zum anderen da dran, dass die Quests hier in dem Gebiet, wie ich persönlich finde, das Storytelling ist hier nicht ganz so rund, wie das zum Beispiel in Tildern war. Das ist zumindest mein Eindruck. So, aber jetzt machen wir natürlich hier das hier zu Ende. Wir haben es nicht auf die Datei abgesehen, sondern auf diese Pestverseuchten. Wir sind schuld, dass unsere Weinberge verdorren und unsere Familien hungern. Okay, also diese ganze Weinberg-Story ist bisher noch sehr undurchsichtig, muss ich sagen. Wir haben von dieser Knolle gelernt. Ich versuche vielleicht auch nochmal kurz an dieser Stelle die Story zusammenzufassen. Wir haben jetzt quasi gesehen, als wir hier in dieses Gebiet kamen, dass da sehr viele Weinberge am Sterben sind oder schon gestorben sind und tatsächlich hat auch die Bürgermeisterin, die hat uns da drauf angesetzt, hat uns da von ihr Leid geklagt. Den Fürsten, mit dem haben wir gesprochen, der ist auch gar nicht angetan davon, weil da geht hier sehr viel Leichtum flöten in der Region. Die Leute sind natürlich auch nicht allzu happy, das ist ihre Lebensgrundlage. Deswegen sind alle eigentlich unglücklich damit. Wir haben bisher nur einen einzigen Weinberg gesehen, der, naja, ich sag mal, dem es noch einigermaßen gut geht. Die Frau hat aber tatsächlich, die hat uns beauftragt, um dann ein paar Schläger von ihrem Weinberg runterzuholen. Das wirkt jetzt nicht auf mich, also vielleicht hat die sich auch ein bisschen naiv gestellt, aber es wirkte nicht auf mich, als ob die da viel Kontrolle drüber hätte oder dass sie da irgendwie intrigiert und alle anderen Weinberge kaputt machen möchte. Das wirkte schon auch eher so, als wäre die dann Opfer quasi des Lündig-Mobs. So nach dem Motto, naja, die Leute merken, der eine Weinberg, dem geht es noch gut, dann muss das ja eine Schuldige sein oder dann muss dieser Betrieb ja dann schuldig sein an dem Verlust aller anderen. Und deswegen haben die da irgendwie Randale geschoben. Tatsächlich hat die Frau uns auch beauftragt, jetzt mehr oder weniger da nochmal Untersuchungen vorzunehmen. Wir handeln jetzt einfach mal die Storyquels nacheinander ab und dann werden wir wahrscheinlich mehr erfahren, auch wie das zum Beispiel der Alchemist da reingehört, der ja dann gestorben ist, wo jetzt der Sohnemann oder der Neffe, glaube ich, den Betrieb da übernommen hat. Das ist alles noch sehr undurchsichtig. Wir sind gespannt. So, das hier auf jeden Fall waren die Bauern, die wir dann getroffen haben. Die haben sich dafür stark gemacht, dass, naja, ich sag mal, irgendjemand schuld sein muss oder dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und die sind jetzt zur Abtei hochgelatscht. Denn, wie gesagt, ich glaube, das ist eine der wenigen Betriebe, die noch halbwegs funktionieren. Und ihre eigene Arbeit ist mehr oder weniger jetzt schon dahin, weil sie keinen Weinberg mehr haben zum Pflegen. Und deswegen wollen sie jetzt halt, wie das halt der hirnlose Mob immer so möchte, möchte dann jetzt einen Schuldigen finden und möchte hier das Kloster raiden. Ich vermute mal, die Söldner wollen das verhindern. Wir müssen uns jetzt eine Seite aussuchen. Unsinn, der Makler Altmarheim sagt, dass die Pest nichts mit der Misere auf euren Weinbergen zu tun hat. Altmarheim, was weiß der schon, sein Apotheker ist spurlos verschwunden. Jetzt lasst uns rein oder wir hetzen unsere Söldner auf euch. Ach, wir sollten ja mit denen hier kämpfen. Wir sollten quasi, die haben uns ja mehr angeheuert, dass wir dann auch mit zum Kloster kommen. Verstehe. Also wir müssten wahrscheinlich dann doch eher gegen die hier kämpfen. Ihr habt Sölden angeheuert. Jetzt reicht's. Das Maß ist voll. Ja, hier haben wir schon mal davor gestanden. Ich kann mich da erinnern. Da habe ich halt dann auch so ein bisschen zurückgeschreckt und gesagt, wir wollen doch jetzt einfach gegen irgendjemand hier kämpfen. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, ich würde denen hier sogar zustimmen. Ich glaube nicht, dass irgendein Kloster jetzt dafür Schuld trägt, dass jetzt die ganzen Weinberge hier kaputt sind. Wir kämpfen jetzt für die, gegen die und dann am Ende gucken wir zu, wie das Kloster geradet wird und dann haben wir letzten Endes einfach nur dabei geholfen, ein sehr großes Unrecht zu verbreiten. Ich mache das jetzt hier zähneknirschen, weil ich sehe keine andere Wahl tatsächlich. Die Quest lässt uns keine andere Wahl. Deswegen werden wir auch hier kämpfen. Ist nur ein Stufe 5 Kampf, also gar nicht so schlimm. Sind auch wieder Besatzungsmitglieder, brauchen wir also nichts gefangen zu nehmen. Also man wird jetzt hier teilweise schon so relativ sinnlos dann auch in Kämpfe reingezogen. Deswegen, ich betone es nochmal, die Story hier in Werdrus finde ich jetzt persönlich nicht ganz so gelungen. Das war in Till drin ein bisschen besser. Da hat man wirklich den Eindruck gehabt, dass man auch die Story so ein Stück weit entscheiden kann. Hier wurde ich jetzt zum Beispiel von dem Weinberg in dieses Camp dann der Bestien, der Monsterjäger da reingelockt. Das war glaube ich vorletzte Folge oder auf jeden Fall die eine der letzten Folgen. Und da wurden wir dann auch in den Hinterhalt verwickelt. Deswegen, das wirkt alles so ein bisschen. So, wir müssen gucken, dass der Bauer überlebt. Wir machen die einfach fix weg, das ist ja nicht viel. Schwester Lena heißt die hier, mit zwei E. Was hast du denn für einen Bonus? Oh, die haben gar keinen Bonus. Doch, das ist auf jeden Fall der Anführer. Das heißt, die ist ein bisschen stärker. Aber der Rest ist sonst nicht so wirklich pralle. Wir sammeln uns natürlich irgendwo. Zivilist, der kann gerne das Zeitliche segnen, nehme ich an. Ja, das ist ein sehr ungünstiges Location, die wir hier haben, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Leute und wir sind sehr weit aufgetröselt. Ich würde mich ganz gerne, wie immer, eigentlich irgendwo sammeln wollen. Deswegen zieh mal den ganzen Kram hier runter. Du kommst da hin, den packen wir einfach mal raus. Der kann da meinetwegen da oben irgendwo drauf gehen. Wir werden da nicht alle retten können. Wie gesagt, ich bin auch immer noch nicht der beste oder der größte Freund von diesem Vorgehen hier. Ich glaube ja persönlich, dass man da hätte nochmal reden können. Aber offensichtlich darf ich nicht. Ich bin, oder wir sind da am Ende des Tages nur ein hirnloser Hautraufhaufen. Anscheinend dürfen wir hier nicht groß mitverhandeln. In Tildren war das noch ein bisschen anders. Aber wir sind sogar tatsächlich in der, wir sind natürlich mal in der Unterzahl wie sonst. So, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen durchsortieren. Wer ist denn hier von denen eigentlich zuerst dran? Der Auftragsmörder, Besatzungsmitglied. Und dann hier ist noch ein Auftragsmörder und dann ist er schon dran. Deswegen, wir packen den Zivilisten mal hier rein. Da kann er gerne sein Zeug machen. Hier von denen ist gar niemand irgendwann dran. Wir sortieren mal unsere Tanks nach vorne. Den Jean, den würde ich am liebsten so weit wie möglich hier hinten reinpacken, dass der eigentlich gar nichts macht. Ich kann ihn aber auch tatsächlich, kann ich den einstellen hier? Jo. Du sollst einfach nur verteidigen, Kollege. Ich möchte nicht, dass du irgendwas machst. So was, also wir sind tatsächlich mehr als stark genug für hier den ganzen Kram. Für den Kampf hier. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass sie sich selber umbringen, indem die da jetzt voll reinrennen. Da habe ich persönlich wenig Lust drauf. So, deswegen, ne? Das war es dann auch. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wir gucken nochmal ganz kurz durch, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind ja selbst zu siebt. Zwei, vier, sechs, ja. Da sind sieben Leute. So, dann würde ich fast sagen, wir gehen einfach mal irgendwo rein. Habe ich irgendwelche Fertigkeiten, die ich mir nochmal angucken muss? Ich glaube nicht. Das hier sind alles AOE-Fertigkeiten, soweit ich das beurteilen kann. Der dreht sich einmal im Kreis. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht wieder ganz so hart klumpe. Und ja, dann gucken wir mal, mit wem wir da jetzt zuerst reingehen. Ich würde tatsächlich sagen, mit Philo, damit wir da ein bisschen Rüstung runterballern können. Und dann müssen wir Stück für Stück mit Silvion hier gleich rein, den verkaufe ich jetzt hier leider so ein bisschen. Das tut mir ein bisschen leid. Aber auch nur so ein bisschen. So, und deswegen, ich renne mal hier rein. Wir stellen uns so weit wie möglich auseinander. Ich habe auch jetzt tatsächlich noch ein paar Kommentare von euch gelesen. Es waren auch einige hilfreiche Tipps dabei. Zum Beispiel habe ich das mit den Tapferkeitspunkten nie gehabt. Ich habe nie gerafft, dass die für alles gleichzeitig gelten. Da muss ich mal viel mehr drauf achten. Ich habe immer gedacht, jeder hätte einzelne Punkte. Das ist mir tatsächlich mit 50 Folgen Worteils nicht bewusst geworden. Was fast ein bisschen traurig ist. Aber naja, ich bin halt leider nicht der Schnellste, was das angeht. Und auch sonst, dass der Dieb nicht an der Kiste steht und so weiter. Das gucken wir dann gleich mal, wenn wir lagern. Das reicht mir dann erstmal. Danke. Die Musik ist ein bisschen leise. Ich drehe mal ein bisschen lauter. Wie machen wir das als nächstes? Ich könnte mal Hunter hier reinschießen lassen. Der wird wahrscheinlich den hier direkt schon finishen. Je nachdem müssen wir mal gucken. Das ist doch super gut. Dann kannst du dich vielleicht noch jemanden nehmen, jemanden anderen stellen. Läufst du mal ein bisschen nach vorne und dann bist du auch schon fertig für diese Runde. Fantastisch. Jetzt kommt der da oben erstmal angewatschelt. Wird vielleicht sogar den hier erreichen. Tatsächlich nicht. So, Sibion. Ich glaube, dich hole ich jetzt als nächster ran. Das ist keine so schlechte Idee. Ich hoffe, dass der nicht da oben reinrennt, sonst ist der auf jeden Fall tot. Sonst ist der auf jeden Fall tot. Ich glaube, wir wollen den hier auch finishen. Ich renne mal so rum hier rein. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Die haben auch keinen Ferncamp-Bond und nichts. Das heißt, das sollte eigentlich alles relativ easy werden hier. So, die kämpfen miteinander. Der hat Ripost drin. Wer weiß, wann der jetzt hier dran kommt. Ich glaube, ich gebe dem mal Schutz. Oder brauche ich das? Wann ist denn hier, wann ist denn hier mal der nächste dran? Es ist vor allen Dingen wichtig, wann die dran sind. Ich hätte wahrscheinlich den hier zuerst angreifen sollen. Das kann ich aber gleich mit dem hier noch angreifen. Wenn ich hier, sofern ich hier vorbeikomme, was eher schlecht aussieht. Deswegen, ich gebe mir mal Schutz. Der wird auf jeden Fall von irgendeinem von denen jetzt hier gleich auf die Schnauze bekommen. Die gehen auch alle auf den NPC hier oben. Der hat nichts besseres, zu tun, als da rein zu rennen. Mit seiner Mistgabel gegen lauter Auftragsmörder und so. Wir wären jetzt wahrscheinlich leider nicht hier, ja, das habe ich mir gedacht. Da habe ich mich jetzt ein bisschen ungünstig gestellt. Da würde ich wahrscheinlich dann eher mal mit einem von meinen, äh, ja, ne, Meuchelmördern da rein. Vielleicht können wir den rücklinks umstechen. Achso. Ja, ich denke, das sollten wir schaffen. Wir haben auch notfalls noch die Möglichkeit, hier mit einem Rauchschleier das Ganze dann aufzulösen. Aber ich denke, wir werden hier sehr viel Schaden machen. Das sieht gut aus. Hat leider nicht ganz gereicht, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben dann auch die Möglichkeit, auch den jetzt schon zu finishen. Ähm, dann komme ich vielleicht besser an dem vorbei, an dem anderen. Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt kriege ich leider keinen Punkt mehr mit ihr durch, ne, denn sie steht jetzt leider neben keinem Feind mehr. Aber naja, ich sag mal, tot ist tot. Deswegen lassen wir die mal so stehen. Kriegt trotzdem noch einen Punkt. Ruhmreich. Ja, der kriegt jetzt ordentlich auf die Schnauze da oben. Das war auch ein schöner Crit. So, du auf der anderen Seite kannst jetzt hier mal durchlaufen und wirst hier den noch schnappen. Ähm, machen wir, ne, schön peu a peu. Wobei ich schauen muss, dass ich hier meinen Axtypen gleich noch da mitbekomme. Wer ist denn jetzt hier von denen? Okay, der ist gleich dran. Der wird mich auch garantiert angreifen. Wir haben hier auf dem, glaube ich, noch Repost drauf. Ähm, das heißt, ich könnte jetzt trotz allem dann hier reingehen und dann hier einmal Repost auslösen. Der hat auch noch Schutz drauf. Der wird garantiert, wird er ihn hier angreifen. Kann auch sein, dass er ihn angreift. Das wäre natürlich eher ungünstig. Auf der anderen Seite sollte ich hier wahrscheinlich gar nicht so lange fackeln. Ich könnte auch schon mal hier oben reinlaufen, der wird das im Notfall auch hinkriegen. Die sind ja auch hier in einem Kampf drin. Ähm, dann renne ich tatsächlich mal hier hoch und helfe ihm so ein bisschen. So, weiß ich gar nicht, hier einmal reinhauen. Da sind wir leider halt nicht in einem Duell drin. Dementsprechend bekomme ich keinen Punkt. Das war also wahrscheinlich nur semi-schlau, aber ich würde es trotzdem mal so machen. Vielleicht bekommt er ja Wut drauf. Leider nicht. Aber dann ist er auch schon halbtot. Und könne sogar nochmal ein Stück zurückmoven. Einfach zur Sicherheit. Dann haben wir schon mal ein bisschen was da reingehauen. Der wird jetzt, wie gesagt, uns angreifen, kriegt ein Repost rein. Kriegt auch dadurch einen Punkt. Na, wunderbar. da war das Repost und hat sogar direkt nochmal Repost bekommen. Ist hier wirklich sehr stark. So, jetzt könnte ich möglicherweise sogar mit dem hier reinlaufen. Der kann dann ein bisschen reinpiksen und dann wieder dasselbe Lied. Vielleicht reicht es ja. Auf der anderen Seite kann ich den dann wahrscheinlich nicht mehr einsetzen. Müsste ich schauen. Wäre jetzt halt die Alternative. Vielleicht gucke ich dann doch den erst nochmal. Der würde da halt leider eh nicht dran kommen. Das ist ein bisschen schade, aber dann kann ich da gleich wenigstens noch einen Punkt mitnehmen. Dann habe ich halt die eine Runde bei ihm leider ein bisschen verschwendet. Wir stehen hier sowieso sehr ungünstig. Die Karte ist leider für uns ausnahmsweise mal nicht so toll. So. Ich könnte mich jetzt hier sogar noch draus lösen. Würde wahrscheinlich nicht so viel ändern, aber würden wir gleich nochmal einen Punkt bekommen dadurch. Und wir kriegen ja sowieso auch nochmal durch ihn einen Punkt. Dadurch kriegen wir halt nochmal einen Autotech durch. Müssen wir halt schauen, dass wir den gleich wieder in den Kampf nehmen. Nicht, dass der den eins angreift. Das wäre ungünstig. So. Ja, jetzt ist er dran. Ich denke nicht, dass er viel machen wird. Du auf der anderen Seite kannst mal hier hochlaufen, wirst aber wahrscheinlich auch nicht so viel machen können. Deswegen nehmen wir bei ihm hauptsächlich einen Punkt mit. Und er stellt sich hier schön rein. Und wir können hier leider nicht groß durchwerfen oder sonst wie. Deswegen, ne, kriegen wir da noch einen Punkt raus. Da kommt die Anführerin. Da kommt der Blitzschlag. Jetzt bin ich gespannt, wer von unseren Feinden als nächster ran darf. Du und dann du hier. Ja, der wird leider ziemlich zerlegt hier oben. Die sind jetzt allesamt erstmal gar nicht mehr dran. Ich würde den hier wahrscheinlich direkt nochmal in den Nahkampf nehmen. Wir machen natürlich den hier zuerst weg. Wobei das am besten er machen würde, ne? Der Philom. Aber den werde ich, das werde ich wahrscheinlich so nicht hinkriegen. Ich könnte auch schon mal hier oben reinlaufen, wäre mir aber dann doch ein bisschen risky. Ich möchte den hier zuerst drankommen lassen. Deswegen, wir gehen jetzt hier mal in den Kampf über. Das wird schon passen. Ich könnte alternativ aber auch mit dem hier hochlaufen. Der wäre halt wunderbar gegen den Assassinen oder eigentlich sogar gegen Galric hier. Weil der mit dem Rücken auf jeden Fall fest da drin steht. Wir könnten aber alternativ auch schon mal einen von unseren Leuten da hochziehen. Na, vielleicht mal so und dann haue ich hier rein. Kriegen wir leider wieder keinen Punkt raus. Aber ich gehe mal davon aus, der wird sowieso relativ bald angegriffen hier oben. So. Ja, ein bisschen unlucky, aber wir lassen das mal so. Vielleicht können wir den vielleicht können wir den irgendwie gleich noch killen mit einer anderen Attacke, mit einer Wurfachse oder sonst wie. So, dementsprechend, danke schön, das war's. Der kann nicht viel machen. Die stellen sich auch alle schön zusammen. Der wird jetzt leider drauf gehen. Gehe ich davon aus. Ja, rip, mein Freund. Ich habe mich echt ein bisschen verkauft. Gebe ich offen zu. Ich habe dich echt ein bisschen verkauft. So, der ist dann bald dran. Und wer ist von denen hier dran? Das ist die Anführerin? Ne, das ist er hier. Doch, das ist die Anführerin. Jetzt ist die große Frage. Wie fahren wir weiter fort hier? Ich habe mich jetzt natürlich maximal ungünstig hingestellt. Gebe ich offen zu. Also, am liebsten würde ich jetzt erstmal den hier rausnehmen und ich glaube, dafür nehme ich sogar wirklich viel O. Achso, du kannst hier rein. Dann steht er nicht komplett im Weg. Machst den eben weg. Da kriegen wir auf jeden Fall einen Punkt. So, und dann kannst du dich auch nochmal hier komplett durchprügeln. Dann finde ich schon mir den eben. Will ich den jetzt auch noch hier weg machen? Wahrscheinlich, oder? Dann können wir hier oben direkt durchlaufen. Ich denke, das wäre nicht verkehrt. Wobei ich dann keinen so wirklich habe, der jetzt hier in den Nahkampf übergeht. Ich meine, Schützen könnte ich auch nochmal hier hochführen. Der kann auch den hier erschießen. Komm, ich mache den einfach mal weg hier. Dann haben wir... Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Kann sogar sein, dass wir es gar nicht schaffen. Dann wäre das nicht so schlau. Ich meine, kann das kritten? Theoretisch, ja. 16 bis 24. Wie viel hat er denn noch? Ja, komm, oder? Machen wir mal. Vielleicht. Schade. Dann war es das jetzt nicht so wirklich wert, aber wir haben ja noch ein paar Punkte. Okay, gut. Also, hat ein bisschen weh getan, aber naja, Repost. Dann haben wir den auch schon mal da drin. Äh, ja, jetzt muss ich gucken, wie ich hier weitermache. Du kannst auch eine Axt werfen, die kannst du nicht. Mh, der hat nur noch zwei. Wir können den auch gefangen nehmen, aber das bringt ja, wie gesagt, gar nicht so viel. Jetzt ist von denen gleich auch noch jemand dran. Das ist ein bisschen arg ungünstig. Ich glaube, ich hole jetzt Hunter nach vorne und schieße auf den hier. Das könnte gut funktionieren. Machen wir so. Ich weiß nicht, ob wir über die Steine drüber schießen können. Ich hoffe. Alles andere wäre jetzt sehr traurig. So, genau. Ah, da haben wir leider. Oh Mann, das wird wieder echt, äh, ne? 70% Hunter. Meinst du, das kriegst du hin? Was hast du denn sonst noch hier? Die Reichweite des nächsten Angriffs ist verdoppelt und die Präzision erhöht. Ja, oder ich schieße mit dem einfach hier rein und hoffe, dass wir ein Lucky, also dass er daneben schießt, in Anführungszeichen. Das würde auch gehen. Okay, hast du ausnahmsweise nicht daneben geschossen. Ich war, ich gebe dir noch einen, noch einen Versuch. 40% kommt schon, schieß daneben, bitte. Ach Mann, ne Hunter, wenn du daneben schießen sollst, dann schießt du nicht daneben. Aber hast du toll gemacht, ne? Hast du, hast du toll gemacht. Fantastisch. Hm. Tja, ja. Wie machen wir das jetzt hier? Ich müsste jetzt mal mit irgendwas hier durchlaufen. Ich würde den da sehr gerne rauskriegen. Wir haben auch Wut auf dem. Der war schon dran, glaube ich. Ähm. Der wäre, der wäre auf jeden Fall gleich noch dran. Und der ist auf jeden Fall noch dran. Das heißt, den müssten wir jetzt weg machen. Dementsprechend, ich werfe dem tatsächlich meine Axt hinten rein. Ach so. Wir laufen mit dem hier hoch. Das bisschen, ist echt ein bisschen risky, ne? Was sollte eigentlich passen? Ich laufe mal sogar wirklich nur hier hin. Dann wirfst du eine Axt. Das kostet uns tatsächlich nichts. Außer die Axt halt. So, dann ist der schon mal futsch. Dann rennst du bitte hier rein. Wirf dem hier nochmal ein Dings entgegen. So, dann haben wir uns wieder gelöst. Weiß ich nicht, ob das so schlau war. Und dann verwickeln wir den jetzt hier im Kampf, nehme ich an. Das ist auch nicht so schlau, weil ich dann gleich auch wieder keinen Punkt kriege. Aber naja. So, dann sind die hier im Kampf. Dann wird der... Also wir müssten den jetzt idealerweise... Ich müsste den eigentlich weg machen. Das würden wir auch tatsächlich hinkriegen. Deswegen machen wir das auch. Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen die Punkte einteilen. Nehme ich an. Kommst du... Oh, du kommst sogar noch hier raus. Finde ich gut. Stell dich mal nach hier oben. Das wird wahrscheinlich nichts ändern. Wir wollen den mal aus dem Kampf rausholen, dass der nicht gleich... Also der hat nicht so viel Rüstung. Wäre ganz gut, wenn der nicht da mittendrin steht. So, er jetzt wieder. Was mache ich denn jetzt? War eines mit dir, sag mal. Ich könnte mit ihm nochmal da reinpiksen. Oder ich könnte auch mit ihm tatsächlich ja den Kampf nochmal aufnehmen. Wer ist von dem noch dran? Du bist noch dran. Und du bist aber nicht mehr dran. Tja, ne? 62 ist eine ganz schöne Hausnummer. Das ist ganz schön viel Schaden, äh, beziehungsweise ganz schön viele Lebenspunkte. Wir drehen das einfach mal und dann wird mir das leider nichts bringen. Vielleicht kann ich da gleich mit meinem Assassinen nochmal rein. Je nachdem, wie weit wir laufen können. Wir probieren das mal. Deswegen nimm mal hier den Kampf auf. Dann bekommst du noch einen Punkt. Diesen wirst du auch direkt reinvestieren. Auch wenn das leider alles in die Rüstung geht. Vielleicht kommst du gut. Schade, leider nicht. So, gebe ich dem jetzt sogar noch mal die den Schutz. Weil der wird jetzt gleich auf jeden Fall einen Kassieren einhit. Ja, wir geben dem mal den Schutz. Danke. Oh, das habe ich tatsächlich nicht bedacht. Den hätte ich vielleicht mal wegmachen sollen. Das war nicht ganz so schlau. Das habe ich nicht bedacht. Aber naja. So. Jetzt, du bist jetzt noch dran. Wenn ich jetzt hier mit dem da reinlaufe, vielleicht. Ah, ich, äh, das wird gleich, das wird gleich schwierig. Aber ich muss den dann, ich muss den auf jeden Fall dann da wieder rausführen. Hätte auch hier auch nochmal einen Axt reinwerfen können. Aber naja. So, dann piekst einmal bitte hier rein. Schade, hat leider nicht gekrittet, ist aber schön vergiftet. Könnte ich jetzt theoretisch auch nochmal das hier ziehen. Aber ich glaube, das lassen wir. Wir stehen ja schon neben einem Feind. Ich würde mal ein bisschen aus der Reichweite von Ihnen hier rauslaufen wollen. Also wir stellen uns mal so. Da komme ich noch einen Punkt. So, du auf der anderen Seite kannst jetzt wahrscheinlich eben kurz den hier wegmachen gehen. Dann habe ich leider wieder so ein bisschen totgeteilt bei der ganzen Aktion. Aber das macht nichts. Wir können ihn jetzt gefangen nehmen. Ich denke aber, das wird nichts bringen. Verkaufen kann ich den eh nicht. So, da haben wir auch Ansporn drin. Kannst du jetzt noch nach vorne laufen? Stehst du leider nicht neben einer Verbündeten. Deswegen lasse ich die sogar hier stehen. Stell uns aber nicht in den Weg. So. Der hat einen Hit kassiert, war aber nicht so viel. Der wurde vom Blitz getroffen. Boah, das habe ich gar nicht gesehen. Lol. Das ist ja super lucky gewesen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wahrscheinlich auch nicht. So, Sibion, du müsstest jetzt irgendwie hier reinlaufen. Idealerweise. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Deswegen soll ich wahrscheinlich mit ihm einmal außenrum und dann bekommt er das halt ab. Beziehungsweise wir haben ja sogar zweimal Move. Dann lauf doch einfach kannst du ganz gar nicht. Das ist jetzt irgendwie ungünstig, muss ich sagen. Dann ist er dran. Also, der steht jetzt offiziell im Weg. Ich meine, ich kann auch mit ihm gleich außen rumlaufen. Das würde auch passen. So, deswegen haue ich hier nochmal rein. Schön, das hat auch direkt dann gekrittelt. Die Gegner sind demoralisiert und wollen fliehen. Nö, also, wenn wir schon kämpfen, 81 Schaden. Wenn wir schon kämpfen, dann wollen wir natürlich den Loot auch noch abgreifen, würde ich sagen. So, wir nehmen jetzt den hier gleich sowieso in den Nahkampf. Dementsprechend stellen wir uns hier hin, kriegen da nochmal einen Punkt mit rein. Danke. So, jetzt darf sie auch einmal hier reinlaufen. Wobei Philo natürlich viel besser geeignet wäre. Vielleicht kommt Philo auch mit nach da vorne. Und dann hauen wir da nochmal alles rein, was geht. Ich glaube, der hat einen Aoi-Angriff. Leider. Deswegen war das hier wahrscheinlich nicht so schlau. Seidend, wir kriegen den jetzt weggebürstet, aber ich bezweifle es irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich stelle mich mal hier auf und dann hauen wir mal da durch. Beziehungsweise, ich kann auch das hier erstmal zünden. Ich weiß gar nicht, wie viel kriege ich dann. Wir machen erstmal hier so einen ganzen Kampfkrempel. So, und dann kriegt er nämlich auf jeden Fall noch einen Punkt und dann kannst du hier nochmal reinhauen. Vielleicht wird das schon der Finish. Das ist so crazy, was der in Schaden rausdrückt. So, und dann meinetwegen nimmst du das hier noch mit. Stellt sich bitte einmal hier hinten ran. Wir wollen ihn jetzt schön umzingeln. Der kann leider nicht mehr in den Kampf gehen. So, ne? Dann reicht mir das. Danke. Ist jetzt relativ egal, wer hier... Wir nehmen wahrscheinlich den Riposte jetzt mit. Heißt, wir stellen uns hier dran. Mh. Dann mach mal bitte so. Dann bekommst du jetzt noch einmal Schutz, weil dann natürlich wird der ja nochmal einen Angriff hier durchdrücken können. Das macht aber gar nichts. Der kriegt nämlich direkt, geht in den Riposte rein. Wäre erheblich mehr Schaden ausgedrückt. So, und jetzt ist das eigentlich nur noch ein, weiß ich nicht, ne? Nur noch ein Finisher. Den wir hier durchdrücken müssen am Ende. So, und das war's dann auch schon. Ja, ein Verlust ist zu beklagen. Unser Verbündeter. Dafür haben wir Ritter, Schwerter, Bruderschaft bekommen. Mit Stärke plus 7. Nehmen wir natürlich alles mit. Hat sich ansonsten nicht so wirklich gelohnt, würde ich sagen. Hier bekommt es eine Reparatur. Ja, das war's dann auch schon. Glaube ich. Den Rest, ja, da könnte man drüber nachdenken, muss aber nicht unbedingt sein. Genau, ne? Dankeschön. Weiter, jetzt bin ich gespannt. Jetzt können wir ins Kloster hinein. Die Abtei der Heiligen Leneid. Leneid, so rum. Oh, hier haben wir sogar zwei Leute. Und was haben wir hier für eines? Das sind wahrscheinlich die Bauern, ne? Ach, ne, das sind die, die wir gefangen haben. Sie werden uns doch wohl nicht töten, oder? Wer war das jetzt hier? Arike, war die das eben? Ne, ne, die hieß anders. So, dann haben wir hier. Wir sind den ganzen Weg hierher gekommen und lassen uns nicht einschüchtern. Naja, der Abt Hederart. Und was haben wir hier? Das ist der Jan Moland. Moland, der hat uns angeheuert. So, aus dem Weg hochwürden. Wir fordern Gerechtigkeit. Ihr schlachtet Gefährten ab, dringt in einer Artei ein, ermordet Unschuldige und wagt es von Gerechtigkeit zu sprechen? Wir haben keine Wahl. Die Pestverseuchten verbreiten ihre Krankheit weiter und haben unser ganzes Land verwüstet. Es ist unser Recht, ja, unsere Pflicht, sie zu bestrafen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wer waren nochmal die Pestverseuchten? War das jetzt? Das waren aber nicht die Weinberge, ne? Ich, das, hä? Wir können diese Menschen, die seit Wochen in dieser Abtei eingesperrt sind, die Pest auf euren Feldern verbreiten. Ihr habt keinerlei Beweise, um diese Behauptung zu belegen. Also anscheinend leiden die hier wirklich unter einer Krankheit und der Abtei-Obervorsteher, hier der Abt, der versucht, das anscheinend irgendwie zu heilen und die Leute glauben, dass die Krankheit von den Menschen auf die Felder übergegangen ist. Das ist auch wild, ne? Da merkt man mal wieder, dass Bildung helfen könnte. So, ohne das jetzt böse zu meinen, liebe Bauern. So, die haben wir sehr wohl, die wollen Beweise haben. Die haben wir sehr wohl. Gosenberg ist das einzige Königreich, in dem die Pestverseuchten so lange versorgt werden und es ist kein Zufall, dass wir nun hier unsere ganze Ernte verloren haben. Okay, verstehe. Also anscheinend gibt es überall Pestverseuchte, nur hier werden sie halt ein bisschen betüttelt und dann glaubt jetzt der Bauerkollege, dass die Felder daraufhin dann eingehen. Deswegen. Das ist absurd. Nur Vertrus ist betroffen. Die Reben der anderen Provinzen sind völlig gesund. Die Krankheit, die eure Weinberge heimsucht, hat nichts mit der Pest zu tun. Also ich muss dem Abt tatsächlich recht geben. Er versucht das sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, argumentativ sehr sinnvoll zu begründen und das hat auch bisher gewirkt. Also er versucht da einfach quasi, er versucht da diesen diesen typischen Fehler auszuschließen, dass man Kausalitäten tatsächlich in Dingen sieht, die gar nicht vorhanden sind. Nur weil jetzt hier Leute mit der Pest sind, heißt das nicht, dass die Weinberge deswegen betroffen sind, weil das in anderen Gebieten halt eben nicht der Fall ist. Da geht es den Weinbergen gut, obwohl es da trotzdem diese Krankheit gibt. Auch wenn man gestehen muss, er hat auch seinen Punkt, wenn in anderen Gebieten die Leute halt direkt mehr oder weniger in den Kram getreten werden und so nach dem Motto zum Sterben zurückgelassen werden, dann gibt es da natürlich weniger Möglichkeiten, so eine Krankheit theoretisch zu verbreiten, auch in irgendwelche Felder. Aber man kann, glaube ich, weiß ich nicht, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kann man sich erschließen, dass Menschen Krankheiten auf Pflanzen übertragen. Das sollte eher selten der Fall sein. Also wahrscheinlich, wenn dann eher andersrum. Und vor allen Dingen Weinberge, also Weinpflanzen, naja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Alle Pestverseuchen zu töten. Ja gut. Dass jetzt so ein dummer Schluss kommt dann am Ende des Tages, das war klar, da haben wir ja mit gerechnet. Dann werden wir sehen, ob wir diese Seuche loswerden. Nur dann werden wir Gewissheit haben. Ja, da sind aber die Leute tot, Kollege. Das ist hier vielleicht möglicherweise auch schon in den Sinn gekommen. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fällt die Wahl nicht besonders schwer, ne. Ich meine, klar, der Abt ist jetzt wahrscheinlich hier mit seinem Auge und allem, das ist so ein religiöser, so ein religiöser Äumel. Das gefällt mir grundsätzlich nicht so toll, aber das hier ist ja einfach nur geistesgestört. Also, da hast du wirklich, da ist von Bildung keine Spur. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen armen Seelen auch nur ein Haar krümmt. Was auch immer eure Ernte vernichtet, es ist eine botanische Krankheit und keine medizinische. Sehe ich absolut genauso. Ihr wollt uns doch nicht daran hindern, die Pestverseuchen zu töten, oder? Wir versuchen die mal zu überzeugen. Kostet mich 75 Einfluss, wir haben fast 1000 einfach. So, dann machen wir das natürlich auch, ne. Überzeugt die Winzer, dass die Pestverseuchten sich nicht zu Schulden kommen lassen haben. Das wäre eine interessante Überzeugung. Hier kriegen wir einen Wickel. Was würde denn dieses Wickel machen? Da sind sie halt tot, ne. Ich meine, das Wickel wäre bestimmt toll. Auf der anderen Seite, naja. Bisschen schade, dass wir das jetzt hier nicht auch bekommen. Ich bin fast geneigt, die Bauern jetzt auch noch umzubringen, obwohl wir die gerade noch beschützt haben. Weil ich nicht weiß, was das Wickel macht. Wir haben halt lauter so ein Kram hier bekommen. Das Hörrohr, und weiß ich was alles. Ähm, naja. Komm, wir machen das mal so. Wir versuchen das mal friedlich zu lösen. Das war ja auch meine Intention. Von Anfang an. Nun, es wäre wohl schwierig für sie gewesen, unsere Felder zu vergiften, ohne die Abteil zu verlassen. Aha, geht also doch der logische Menschenverstand. Außerdem hätten dann auch die anderen Regionen betroffen sein müssen. Euer Argument hat Hand und Fuß. Ja, seien es aber auch schon. Ich hätte, das wäre jetzt eigentlich da nicht nötig gewesen. Nun gut, wir werden sie nicht behelligen. Die Hälfte eures Anteils geht als Entschuldigung an den Abt. Hoffentlich reicht das aus, um ihn davon abzubringen, uns der Inquisition zu melden. Hm, na gut. So, Schicksal von Verdus. Ihr habt die Winzer überzeugt, die Pestverseuchten zu verschonen. Kriege ich denn jetzt von dir auch was? Oder von denen hier? Wer dachte schon, unsere Sündelein hätte, ach so, unsere Stündelein hätte geschlagen. Mann, ich lese heute wieder wie ein Erstklässler. Ihr habt uns gerettet, Söldner. Danke. Wir werden den Allsehenden Auge euch zu euren Opfergaben darbringen. Euch zu ehren. Na ja, macht mal schön. Das hatten wir gerade schon. Entschuldigung, ich wollte eigentlich den hier nochmal anquatschen. So, den Abt. Ich hatte schon befürchtet, ihr werdet euch auf die Seite der Winzer schlagen. Danke, dass ihr die Kranken verschont habt. Ich weiß nicht, was man euch versprochen hatte, aber ich hoffe, dies hier ist eine angemessene Entschädigung. Ach, okay, okay. Das ist cool gemacht, muss ich sagen. Ich hätte, um ein Haar hätte ich die Leute umgebracht, um nur mit dem Wickel zu sehen. Ich muss gestehen, das beruhigt mich ein wenig. Was ist denn dieses Wickel? Diese Mischung aus Kräutern und dickflüssigem Ton kann Blutungen stoppen. Diese Einheit widersteht Blutungeneffekten mit 50% Wahrscheinlichkeit. Ist auch ein Gürtelzubehör. Ja, das ist ganz nett, ne? Würde ich sagen. So, und damit haben wir dann einen weiteren Punkt abgeschlossen. In der Story sind wir schon bei 40. Dann ist die Folge auch leider schon zu Ende. Wir gucken mal kurz auf die Karte, damit ich euch noch sagen kann, was wir jetzt gleich dann machen, oder, ne, für euch morgen, aber für mich dann gleich anstehen wird. Wir haben jetzt einmal noch hier das Hochzeitsbankett und das Weingut Loop, Winzer in Not. Das war, ich glaube, müssen wir dahin zurück? Kann sein, dass wir dahin nur zurück müssen. Fragt ihr Missionsanweisungen? Ich werde das gleich nochmal versuchen zu erschließen, was wir hier als nächstes machen müssen. Und, ja, dann werden wir uns natürlich langfristig bis zur Arena runterkämpfen. Diesmal wirklich. Hier drüben ist sie. Eigentlich muss ich dann nur einmal quer darüber. Und ich hoffe, dass wir in dieser Aufnahmesession, also das heißt, in den kommenden Folgen für euch, dann Vertus auch so ein Stück weit abschließen werden. Ich denke also, wenn wir das hier und das hier haben, sind wir auf 80 und dann gibt es nochmal eine große Zusammenfassung mit einer Quest. Das war ja hier unten in Till drin auch so. Und dann werden wir auch wahrscheinlich dieses Gebiet dann soweit gecleared haben. Ich bedanke mich für eure Zeit, würde mich über Kommentare freuen. Na, hatte ich ja ganz am Anfang der Folge erwähnt. Und, ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder in einer weiteren Folge von Whattales. Bis dahin, haut da rein!